Männer, für euch hole ich die Kohlen aus dem Feuer. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So etwas zu machen, kostet Selbstüberwindung. Du misst dich mit deiner inneren Kraft. Das ist spirituell. Das hat mit Schmerz nichts zu tun. 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 Nachmachen oder nachahmen, solltet ihr mich nicht, lasst die Finger vom Feuer. Außer ihr seid dazu bereit. Mental. Das hat mit Schmerz nichts zu tun. Das hat mit Schmerz nichts zu tun.